Anna? Anna, bist du noch dran? Die Finanzkrise. Die hat uns damals abgetroffen. Ich bräuchte das Login für den Account von Nemus Consulting. Ich hab grad noch mal den Nemus Account gecheckt und da ist irgendwas gewaltig faul. Bitte ruf mich dringend zurück, wenn du das abhörst. Herr Meiling! Herr Meiling! Wie Sie vielleicht sehen, bin ich auf dem Sprung. Ich muss Sie also wohl auf Montag vertrösten. Montag könnte es zu spät sein. Ich pack das alles nicht mehr. Ich will raus. Was hast du vor mit dem ganzen Geld, das wir bald machen werden? Wir reden hier von Beträgen im dreistelligen Millionenbereich. Oh, sie stellt mich heute im Wiener vor. Redet schon seit Tagen von nichts anderem mehr. Schau uns vor, Land. Die Welt ist, wo sie ist. Herr Meiling, wo sind wir hier? Wir können mal Revolution starten. Aus Illegalität. Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Na gut Rossi. Dann lass uns weg. Untertitelung des ZDF, 2020